Musik Moin und willkommen zu Gameselschaft. Wir spielen heute Schwarzer Peter mit zwei Idioten, die das Spiel nicht kennen. Also dem Kerl und dem Kerl. Boah. Jetzt bleibt einer über. Ja, dann, das ist der Schwarze Peter. Das weiß man nicht. Stimmt, und was passiert mit dem, der den Schwarzen Peter auf der Hand hat? Der hat verloren. Da müsste ja der dann rechts neben mir die Karte mehr kriegen. Ja, der hat am Ende verloren. Das Problem ist, wenn ich da ranzoome, dann wird mir das links oben nur sehr, sehr schlecht angezeigt. Also quasi gar nicht. Bei mir werden das 8 Uhr. Achso, ich kann das wieder rauszoomen. Okay, ich kann das wieder rauszoomen. Bei mir auch. Du kannst besser nach den Bildern gehen. Hä, wofür braucht man denn die Zahlen? Sind die Bilder nicht immer gleich? Also man hat zwei Frösche oder so? Ja. Das ist schöner, wenn die Karten so weiter auseinander gehen würden, dass man die auch so erkennen kann. Nee, die Bilder sind nicht immer die gleichen. Okay, nach den Zahlen. Aber es sind ähnliche. Ich hab jetzt hier ein Pärchen zum Beispiel schon mal. Ich leg das schon mal an. Du bist ganz kurz weg. Ich, du bist ganz kurz weg. Ahaha. Will er mich verarschen? Ich hab auch ein Pärchen. Das ist ein Pärchen. Das ist ein Pärchen, zwei Elfen. Das wollen meine neuen, ne? Soll ich es doch darstellen. Ja, da. So, guck erst mal, ob du Pärchen machst. Das ist wirklich die schnellste Runde ever hier. Wir können ja ein paar Runden machen. Das wäre das glaube ich. Also Sachen mit zwei Paaren sind... In der dritten Runde hat er es auch mal verstanden. Also wenn ich zwei Sachen mit der Zahl 10 hab, dann hab ich ein paar, richtig? Ja, das solltetle. Ja, aber ich hab mich gar nichts. Ja, dann hast du Pech gehabt. So, haben alle geguckt? Crasher auch geguckt? Ja. So, dann darf, weil ich rausgegangen hab, darf Andi jetzt bei Crasher ziehen. Ja, zeigst du uns am besten noch. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, da muss Crasher die rumdrehen. Ich wusste... Warum? Du kannst die doch auch rumdrehen. Hier, guck. Ey. So, wenn du kein Paar hast... Moment, das muss ich jetzt erstmal abchecken. Die wurden gerade alle geswitcht. Wie, die wurden... In derweil kein Crasher hier bei Dings hier zieht. Geht eigentlich ziemlich schnell und ziemlich... Ja, ich hab ein paar, glaube ich. Ja, dann leg's er ab. Alter, hör auf damit, du grüner Nabbel, ey. Verpiss dich mit deinem Finger hier. Ich soll doch ziehen, hieß es gerade. Achso. Dann zieh aber auch und dreh nicht um. Ist das dann nicht ein reines Glücksspiel? Es ist schwarzer fucking nochmal schwarzer... Das kann man ja überhaupt nicht beeinflussen in taktlicher Hinsicht, oder? Nee, nicht wirklich. Es ist ein Glücksspiel. Nein, danke. Scheiße. Andi will alles mit Taktik und Strategie und... Ja, sonst ist ja nur Glücke. Ich meine, da könnte man es auch Roboter spielen lassen. Loil, ich dachte, die wäre schon umgedreht. Nee. Jetzt kann ich bei Andi ziehen, ne? Was ist das mit dem Rand, du misch? Welche hab ich jetzt gedreht? Die hier, ne? Ja, wenn ich jetzt eine gezogen hab, darf ich direkt legen, ne? Ja, ablegen darfst du immer. Dann hab ich zum Kindergarten schwarzen. So, Andi, du musst ziehen. Alter, schwarzer Peter, ey. Das ist so... Boah, zerp... Aber ich find die Bilder auch ziemlich geil. Ja, nämlich irgendwie teilweise echt an Leute aus unserer Gruppe. Bei wem zieh ich denn? Bei Rico? Immer, du ziehst immer bei Rico. Okay. Ich hab sie da vergessen. Aber es hat... Es macht... Rico zieht bei mir. Aber was bringt es euch zu wissen, welche Karten ich habe? Du zieht bei mir. Das bringt euch ja gar nichts. Ja, aber wenn du den schwarzen Peter rüberziehst, dann sehen wir das. Ja. Dann können wir drauf achten, wo du den hinpackst, damit wir den nicht ziehen. Gut, dann misch ich mal alle meine Karten einfach durch. Und dann bringt es euch nichts mehr zu wissen, welche Karten ich gerade bei Rico gezogen habe. Ja, ja. Das ist ja dein Bier. Also, hast du dich damit geholfen, dass du den schwarzen Peter hast, Andi? Nein, ich meine nicht wegen der Karten, die ich gerade gezogen habe. Ey, da mischt jemand meine Karten. Achso, woher. Nee, ich hab die. Okay, Andi, du musst wieder ziehen. Nimm auf gar keinen Fall diese hier. Ey, das ist Manipulation. Manipulation. Was? Er hat die Prüter gezogen? Ich hab nicht aufgefasst. Ich hab Manipulation oder so gesagt. Manipulation hat er gesagt. Manipulation. Ja, das machst du Pilami, hallo. Ich kann nix machen. Manipulation. Deshalb weiß ich, warum ich das Spiel seit dem Kindergarten nicht mehr gespielt habe. Was ist das? Scheiße, ey. Es ist ein fucking Kinderspiel. Manipulation, Alter. Wenn wir jetzt die hier... Oh, Rico hatte was. Oh, die Igel. Die sehen aber sweet aus. Sweetheart. Manipulation. Die hier, Andi. Moment, ey. Moment, halt, stopp. Ich muss jetzt erst mal drehen. Ich dreh die. Die sind alle um. Die halt drehen. Was soll die Scheiße? Ich hab gesagt, ich dreh die. Darf ich jetzt noch eins ablegen? Ja, ablegen darfst du immer. Ja, Quäscher. Achso. Ich hab die Mausefamilie. Und den Flötenmaus. Glaub ich hatte den. Nein, hatte ich nicht. So. Auch so ein ungleiches Paar irgendwie. Das ist der böse Hänge. Die ist die elegante Dame. Andi, du ziehst, ne? Ja, ich überleg gerade. Meine taktischen Möglichkeiten, die uns ja begrenzt sind. Manupiler. Wie er es auch noch ausgesprochen hat. Manupilation ist das. Yes, ich. Ich kann sogar was, glaub ich. Moment. Ich hatte eben, die hat mir jemand weggenommen, die Karte. Ja, da hast du Pech gehabt. Da hat die ja einer gezogen. Das ist voll assi. Ach, nee. Hast du schon, wer hat denn jetzt bei mir gezogen? Ich hab bei dir schon gezogen. Ich. Du hast bei mir gezogen. Okay, dann bin ich bei Dings. Jawohl. Jetzt darf Andi wieder ziehen. Hä, aber wie ist die? Ja, die hast du mir geklaut. Die hab ich dir gerade wirklich zurückgezogen. Jetzt darf Andi wieder. Andi, du darfst wieder ziehen. Andi zieht. Ja, aber. Das ist meine. Nimm mir keiner weg. So. Ich kann nothing. Aber wenn ich jetzt Glück hab, kann ich ausmachen. Äh, warum hat Seidel nur drei? Achso, der hat abgelehnt. Ich hab zwei Karte. Er hat auch nur eine. Mhm. Ah. Okay, du bist Andi. Und wann ist das Spiel vorbei? Dann, wenn alle Karten weg sind und der letzte sein schwarzem Peter noch aufhörens hat. That makes sense. Andi. Ja, ich zieh bei Riko eine Karte. Oh, ich kann sogar was. Und dreh sie nicht um. Den hässlichen Frosch und den König Frosch. Der hässliche Frosch. Ja, aber was machst du da? Das ist sehr süß. Ich wollte nochmal durch mich. Ja, aber hallo, der hat einen Pils, mit dem er sich... Und was macht der mit den kleinen Fröschen? Oh, das sind Babyfrösche. Das sind seine Sklaven. Okay. Ich sag Babyfrösche, du Sklaven. Deine Untertanen. Äh, ich zieh, ne? Der zieht überwiegerst du Sklaven. Ja, weiß ich nicht. Aber warum hat der so ein geiles Bandana? Ne, so ein geiles Kopftuch. Andi zieht. Bandana. So ein geiles Kopftuch. Das ist Eische, der Frosch. Das ist er hier. Ich kann nothing. Ich kann... Sogar hier versucht er zu bluffen. Guck mal, da sind doch beides Schwäne. Ey, achso. Ich hab sie da verpackt. Das wird eine Never Ending Story hier mit Seil und mir. Immer eine Karte noch, da ziehst du wieder eine und dann wird einfach nichts. Okay. Ich glaube, das geht ins Unendliche hier. Nee. Aber das ist schon... Hat dich schon gelohnt, ey. Das ist für Manupilation. Manupilation. So, wer ist dran hier? Du ziehst es bei mir wieder. Ist das nicht schön. Auf jeden Fall. Auf der Welt zu... Warum haben die alle Kopftücher, Alter? Ja, ne? Ja, das ist Türke-Türke-Edition. Ich kann was. Das ist... Andi kann was. Zwei Karten sind wieder raus. Nice. Er kann auch was. Also. Jetzt geht's ums Eckige. Jetzt gibt's die heiße Phase, Alter. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Oh Gott, wir hatten dann den schwarzen Peter. Hast du den, Rico? Ja, einer von den Beinen. Oder... Wie, Rico. Jetzt fängt das... Jetzt fängt das... Ja! Bist du dumm? Bist du dumm? Jetzt... Bist du dir nicht eine Hidden Zone macht, wo der... wo man das nicht sieht? Wenn du mischt. Das ist jetzt wichtig Ich kann die Karten nicht aufnehmen Obvious Andi Ja, wir wissen jetzt nicht, welche von beiden eine schwarze Pelle hat So, dann musst du jetzt eine von mir nehmen Ja, ich weiß ja, dass du den nicht hast Außerdem ist das eine schwarze Cat Na natürlich ist das eine schwarze Cat So, Ani zieht Oh Gott, sagen muss ich jetzt hier nicht dabei sein, ey Ani, der Karten Nichts spüren Hallo, das ist doch auch Oh, scheiße Jetzt geht's in die heiße Phase Es wird spannend, liebe Zuschauer Ich hab was, ich bin ready to take off Oh yes Yes, liebe Zuschauer Geschafft, ich bin nicht Verlierer So, entweder du heißt Entweder du hast als erstes Den schwarzen Blätter gezogen Oder als zweites Pass auf, jetzt kommt die Tactics Die Special Tactics Jetzt muss man so spannende Musik einfügen Ja 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 Okay Ist der jetzt verkehrt rum oder Kleiner Hai Ist ja völlig egal Ihr seid ja Großer Hai Aber es ist noch nicht vorbei Ani 2015 Kennt ihr nicht dieses kleine Hai Großer Hai? Oh Gott Wenn nicht, müsst ihr euch das mal geben Ich hab auch noch mal eine 50-50 Chance So, komm Gib ihm Warte, 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 warte Warte, warte, warte Ey Lass dich erlischen Äh Okay Jetzt geht Rico echt Das Zeile echt krass Seidel will jetzt darauf ankommen lassen Liebe Zuschauer Er mischt Ich will drauf ankommen Ob du das Leben oder Tod jetzt gerade Also so viel passiert da nicht Ja, komm jetzt hier Bei dem reinen Glücksspiel Ey, ihr seid doch solche Witze, ey Wenn ihr zu weit gemacht Können wir doch keine zweite Runde mehr spielen Geht von 50 zu 50 Ach komm, ne Scheidel Runde gibt's oder so Hier, mach mal Komm, Scheidel, jetzt zieh Ich bin ready Ready für den Schwatten Yes Da wird man hier Trasheuer Runde ein Scheidspiel So Kann man irgendwie Gibt's ein Befehl Wo du alle Karten auf einmal Wieder auf dem Haufen kriegst Delete all F2, F6 Auf meinem Taschenrechner zumindest Nee Wie wär's mit Reset? Guck Wer hat das Radik um in der Hand? Ich Ich radiere alles weg Nee, ich Wie wär's mit Reset? Rechtsklick auf die Karten Also ich würd sagen Ein äußerst minimalistisches Spiel Ich seh kein Reset, sorry Auch wenn du auf die Karten drückst Mit Rechtsklick Ja, hab ich gemacht Dann kommt da Shuffle, Cut, Reset Du musst erst Ja, genau Ein Drittel von oben Hab ich Geht dann Dann macht das doch Gebt mir einfach Rechte Ja, wir haben keine Rechte Ich hab nur Linke Wenn zwei Karten übereinander liegen Dann ging das nicht Du musstest eine einzelne Karte geben Nur ging das bei mir Wenn ich Reset mach Es gab mal Reset all Ah, schwarzer Peter Das war doch schon lustig, oder? Ja Nur Luck eigentlich Ja, das ist halt schwarzer Peter Aber es ist trotzdem Ach Seine Tricks, ey Aber da hat Mensch ärgere dich nicht mehr Taktik, oder? Da kann sich wenigstens Ja, eigentlich schon Ja, wie? Was willst du? Der Mensch ärgere dich Kann sich wenigstens entscheiden Mit welchen Figuren du läufst Ja, gut Der kann sich entscheiden, welche Ja Naja Das ist nur Luck Ja, eigentlich muss jemand anderes hier austeilen jetzt Der Verlierer Der Verlierer Das bist du Das heißt, Seidel kriegt eine Karte mehr Ich hab schon mal ein Pärchen Me too Ich hab zwei Pärchen Er hat alle solche Wichser Ich glaub ich auch Warte Bist du sicher, dass du das gut gemischt hast? Bei mir waren die Pärchen nebeneinander Ja, dann muss es so gut gemischt gewesen sein Ja, stimmt So, ähm Seidel fängt an, ne? Bei mir zu ziehen Dann mach ich das mal Ich hier bei Andi eine Oh, ich hab direkt ein Pärchen gezogen Warte, Alter Ja Ja, du hättest schon so an wie Andi Oder was? Ja, du hättest schon so an wie Andi oder was? Ja, du hättest schon so an wie Andi oder was? Lord Also, ich dachte schon, der will wieder Oh, ich krieg das Kotzen Dann nehm ich die Dima weg Das große Kotzen, ey Das große, Disneys große Kotzen Oh, oh fuck Ich bin so ein Idiot, ey Aber gut hier Ist das nicht ein schönes Spiel, Leute? Ja, das ist kein schönes Spiel Ja, ich hab hier aber Gute schwarze Päder Hier Andi, du hast auch nur noch zwei Andi, du hast nur eine Karte Ja, jetzt noch zwei Alter, die kloppt da um die Karten grad raus Äh, wissen wir überhaupt noch Ich gebe immer was, wo ich meine Karte loswerde Wissen wir überhaupt noch mehr grad dran ist? Ja Okay Moment, hallo Warum? Ich darf doch ziehen Ich hatte ein paar Ja, sorry Nee, nicht sorry Du musst dich beeilen, dir abzulegen Wenn ihr das so schnell macht, dass ich hier nicht hinterherkomme Alter, jetzt geht's schon hier direkt ins Finale Alle vier Leute noch dabei Alle vier Leute noch dabei Kommen sie hin, kommen sie ran Noch eine Runde Kostet nur 2,50 Oh, oh, oh Du musst schon eine bei mir nehmen Ja, ich weiß Oh, 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 oh Es wird spannend, spannend, spannend Alter, das kann jetzt auch noch eine halbe Stunde so gehen Wenn jeder mal die falsche Karte zieht Ah, das gibt's doch gar nicht, ey Aber ich frag mich grad mit der schwarze Peter Hä, das hätte Auch Meno Ah, das gibt's doch nicht Die hatte ich doch gerade schon mal Die ist einmal rumgelaufen Den hatte ich auch schon mal Aber die sehen teilweise echt putzig aus Also die Karten Ah, den hatte ich grad Ich hab genau die gleichen Karten aufhand, als ich grad aufhand hatte Ey, ich krieg das Passende zu dem, was du gerade gezogen hast Warte, ich will eben was machen Weil ich genau weiß, dass Seidel sich das schon angeguckt hat Das gibt's doch, Motherfucker Die Karte hatte Ach herrje Ach ne Ja, aber ich bin fertig End hat's schon wieder geworden Zweimal Rin, zweimal Rin, zweimal Rin La la la, la la, la la, la la Das ist super, ne, von mir gut Mach Trasher zum zweifachen Loser Komm Muss Andi nicht erst von dir? Ach so Ja Dann mach mal Andi Mach hinne Komm Andi, mach fertig Los Seidel, mach fertig Hallo Los Andi, mach fertig Bei mir ist das nicht Ne, ich will, dass du verlierst Los Seidel, mach fertig Los Andi, mach fertig Los Seidel, mach fertig Los Seidel, mach fertig Los Andi, mach fertig Komm jetzt Andi Och Andi hat den Peter gezogen Ne, keine Ahnung Bandung Ah Ich bin fertig Andi hat's fertig gemacht Ne Hallo Bin ich Andi Und ich aber auch Das war aber jetzt eine Beleidigung Andi hat verloren Ohne Spaß, Crasher Du hast bestimmt Auch schon in der ersten Runde, ne Als ich immer den Peter hatte Und ich zwei Karten hatte Du hast bestimmt 30 Mal bei mir gezogen Und du hast immer Immer die Richtige gezogen Wie machst du das? Vor allem hast du immer die Rechte gezogen Fünfmal hintereinander Und dann kacke ich einmal Diesen scheiß Kater nach rechts Und schon fängt an links zu ziehen Ja Das hab ich echt aggressiv gemacht Ich hab mich die ganze Zeit gemutet Damit ich rumschreien kann Etwas Vielleicht Anspruchsvolleres wieder Musst du heute ein bisschen schneller gehen Tut uns leid Die Zuschauer können ja auch mal Was in die Kommentare schreiben Was sie sehen wollen Was wir spielen Genau Das ist ein guter Vorschlag Da muss ich aber jetzt mal Ein Kommentar abgeben Das muss schneller gehen Wir haben vorher hier Was anderes gespielt Was scheiße war Ja gut Aber Schwarzer Peter Hat man gesehen Ist auch taktisch dabei Ich hab zweimal gewonnen Damit Vielen Dank fürs Zusehen Bis nächsten Donnerstag Haut rein Tschüss Manopilation